Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Diesmal zeige ich, wie man ein animiertes GIF erstellt. Ich habe dazu mehrere Bilder. Es braucht auch immer mehrere Bilder, sonst gibt es keinen Animationseffekt. Sie sagen Datei als Ebene öffnen. Ich habe jetzt hier mal vier Bilder von einer Zielscheibe. Hier sagen wir dann öffnen. Das dauert ein bisschen, bis die hier geladen werden. Hier sieht man die einzelnen Ebenen. Da muss ich natürlich ausblenden, damit man das entsprechend sehen kann. Und ich kann natürlich diese Animation, wie sie später aussieht, schon mal testen. Ich sage hier einfach Filter, Animation und Animation abspielen. Hier öffnet sich dann ein neues Fenster. Und wenn ich auf Play klicke, dann sehe ich auch, wie diese Animation aussehen würde. Ich kann natürlich auch hier entsprechend die Geschwindigkeit mit der Geschwindigkeit variieren. Und jetzt geht es darum, dieses GIF, dieses animierte GIF zu erstellen. Das heißt, diese vier Bilder müssen jetzt praktisch entsprechend in ein Bild zusammen kombiniert werden. Und das entsprechende Programm zeigt dann jeweils die einzelnen Bilder an. Ich klicke dann auf Datei, dann auf Exportieren nach. Hier ist es wichtig, dass man dann den entsprechenden Dateityp wählt. In dem Fall ein GIF. Wir sagen Exportieren. Und beim GIF merkt das Programm A und könnte vielleicht eine Animation dahinter sein. Also wichtig ist, Schleife endlos wiederholen. Und mit den Angaben, also Pause zwischen den einzelnen Bildern, da muss man vielleicht ein bisschen variieren. Wir probieren es mal mit 300 Millisekunden, also eine halbe Sekunde. Wir sagen Exportieren. Und jetzt testen wir mal dieses GIF. Ja, wunderbar. Okay.